Hallo zusammen und herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer. Wenn ihr jetzt euch fragt, warum sagt sie das? Diese Woche lief auf ProSieben bei Tuff eine Wochenserie über YouTuber. Die haben es allerdings YouTube oder Webstars genannt. Deutschland, deine Webstars. Ich weiß noch, als der Mensch, der mich diese Sachen gefragt hat, ich habe ihn noch gefragt, ihr nennt das jetzt aber hier nicht irgendwie YouTube-Stars oder so. Sagt er, nein. Gut, sie haben es nicht YouTube-Stars genannt, sondern Webstars. Jedenfalls lief da eine Wochenserie bei Tuff und ich wurde das ein oder andere Mal auch erwähnt. Die waren hier den ganzen Tag, die waren hier wirklich von morgens bis abends und gezeigt wurden dann. Ich glaube, insgesamt vielleicht 5 Minuten. Egal, egal. Ich bin trotzdem super geflasht. Ich war so aufgeregt. Ich saß die ganze Zeit nur so vor dem Fernseher. Dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich habe es auch aufgezeichnet. Und falls ihr diese Beiträge verpasst haben solltet, werde ich euch die Tuff-Beiträge hier auch verlinken unter diesem Video. Da könnt ihr euch diese ganze Wochenserie einmal anschauen. Wie gesagt, es wurde auch über andere YouTuber berichtet. Und ja, vielleicht interessieren die euch ja ebenfalls. Ein paar neue Zuschauer sind deswegen dazugekommen. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das freut. Also dieser unglaubliche Boom auf einmal in den Amoszahlen, das hat mich so wahnsinnig, wahnsinnig gefreut. Weil ihr könnt es euch echt nicht vorstellen. Ich bin nichtsahnend auf meinen Kanal gegangen, auf mein Dashboard. Und da wird irgendwas auch angezeigt. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, das ist unglaublich. Also ich habe mich so wahnsinnig gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich freue mich total darüber. Und ich weiß, dass jeder sich darüber freuen würde, wenn sein Kanal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekäme. Das ist leider hier in dieser deutschen Community YouTube-Blogger-Szene nicht so wahnsinnig verbreitet. Also es gibt schon Leute, auch auf YouTube hier, die nennen das Share the Love, die dann andere Kanäle vorstellen. Und das finde ich immer total mega interessant. Also ich gucke das da selber auch gerne, weil YouTube der Decke ist. Es gibt so viele Kanäle. Man kann unmöglich immer alle kennen und finden. Also das sind ja auch immer wahnsinnige Zufälle, ob man jetzt jemanden findet oder nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich heute auch, ja, möchte ich dieses Gefühl der Freude ein bisschen weitergeben. Und möchte euch deswegen auch heute vier meiner absoluten Lieblings-YouTube-Kanäle vorstellen. Ich habe natürlich auch mehr Kanäle, die ich toll finde. Das sind nicht nur die einzigen vier, die ich immer gucke. Aber das sind auf jeden Fall vier Kanäle, die ich, ja, wo ich sage, dass ich mir wirklich jedes Video von anschaue. Und von denen ich meine, dass sie weitaus mehr Zuschauer verdient haben. Ich könnte euch jetzt natürlich, natürlich liebe ich Ebru. Natürlich gucke ich Graveyard Girl. Aber das sind so Kanäle, die wachsen und die haben Zuschauer und Fans. Und da brauche ich jetzt nicht einen extra Aufruf zu machen. Die werdet ihr sowieso alle kennen und gucken und mögen. Aber es gibt YouTube-Kanäle, die haben einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Und ich möchte sie euch deswegen vorstellen. Jetzt wünsche ich euch super viel Spaß. Und alle Kanäle und Videos verlinke ich euch natürlich auch ebenfalls hier unter dem Video, falls ihr euch die Videos in ganzer Länge anschauen wollt. Und der erste Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist der Kokori auf Eis. Die wunderbare Kokori macht da regelmäßig Videos. Auf ihrem Kanal steht jeden Dienstag und Freitag. Sie betreibt diesen Kanal jetzt seit November 2010 und ihr findet dort so geniale Tutorials. Aber ganz besonders liebe ich persönlich ihre Do-It-Yourself, ihre Bastelanleitung. Es sind zum einen hier solche Deko-Elemente, die man selber basteln kann, aber auch kosmetische Do-It-Yourselfs findet ihr bei ihr auch. Außerdem macht sie unheimlich viele, ja, Frisuren auch. Also wenn ihr so schulterlanges Haar habt, werdet ihr dort auf jeden Fall fündig werden. Und ja, natürlich findet ihr auch Aufgebraucht-Videos. Und alles, was das Schmink- und Beauty-Herz begehrt, findet ihr ebenfalls dort. Ich finde ihren Kanal super abwechslungsreich, super kreativ und sehr liebevoll. Und deswegen schaut vorbei, gebt ihr ein Abo und wir machen weiter mit dem nächsten Kanal. Und hierbei handelt es sich um den Kanal von Diana Dello. Ihr findet dort die absolut genialsten, hochwertigsten, professionellsten, kreativsten und einfach schönsten Fashion-Videos, die ich jemals auf YouTube gesehen habe. Die sind so wahnsinnig hochwertig und unglaublich produziert. Die sind wirklich ein Augenschmaus. Ihr seht es ja hier gerade. Es ist wirklich richtige Kunst, finde ich schon. Und das macht sie definitiv besonders und einzigartig auf YouTube. Ihr findet aber dort auch natürlich Videos rund zum Thema Lifestyle, Beauty. Sie macht auch Hauls. Und diesen Kanal betreibt sie jetzt seit April 2009. Also auch schon eine eingespielte YouTube-Seele. Und ja, schaut vorbei, genießt den Kanal. Und ja, wir machen weiter mit den Nächsten. Seit Februar machen dort die Imhoffs YouTube unsicher. Und zwar sind das Eva, Peter, Lilly und Luisa Imhoff. Also Eva und Peter, das sind diese beiden, die ihr hier gerade seht. Das Ehepaar Imhoff und ihre beiden zuckersüßen Zwillingsmädchen, Luisa und Lilly. Ja, auf ihrem Kanal findet ihr total liebevolle Follow-me-Around-Vlogs. Die sind so sympathisch, die beiden. Und ich weiß nicht warum, ob es an ihrer wunderbaren Art liegt. Aber jedes Mal, wenn ich ihre Videos schaue, habe ich danach ein gutes, warmes Gefühl und gute Lane. Also die sind wirklich hochgradig sympathisch, die beiden. Und ja, einfach mal was total anderes. Sie nehmen einen so ein bisschen mit in ihren Alltag. Sie arbeiten beide beim Fernsehen. Vielleicht kennt ihr die auch deswegen. Und es ist echt einfach nur super interessant. Also schaut sie euch an. Und wo wir schon gerade bei Film und Fernsehen sind. Der Kanal Janina & You wird betrieben von Janina Ose. Vielleicht habt ihr ihr Gesicht auch schon mal gesehen. Denn sie ist eine Darstellerin bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Sie hat angefangen jetzt im August auch YouTube-Videos zu drehen. Und auf ihrem Kanal findet ihr mittwochs und sonntags neue Videos. Also ich würde sie schon in die Kategorie Beauty-Blogger einordnen. Sie findet aber auch aufgebrauchte Videos, Tutorials, auch Rezepte. Und wie ihr hier gerade im Hintergrund sehen könnt, die Chubby Bunny Challenge mit einer Schauspielkollegin. Ich würde vermuten, dass auch noch andere Schauspielkollegen in ihren Videos aufdauern werden. Was natürlich super interessant ist. Und sie deswegen auf jeden Fall auch einzigartig auf YouTube macht. Und deswegen auch ein Abo verdient hat. Also das war es auf jeden Fall jetzt mit meinen Vorschlägen für euch. So, ich hoffe, dass für euch ein paar Kanäle dabei waren, die ihr noch nicht kannte. Die ihr auch toll findet, die ihr abonnieren wollt. Und ich hoffe, das Video hat euch natürlich wie immer auch Freude gemacht. Und falls ihr noch ein wenig von mir suchten wollt, findet ihr hier noch ein paar Videos, die ihr euch gerne anschauen wollt. Außerdem könnt ihr mich natürlich auch täglich suchten auf Instagram und Twitter und Facebook natürlich auch. Ich habe auch eine offizielle Facebook-Page, die ich jetzt mal wiederbeleben möchte. Weil auch die viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und dort werde ich euch, ja, ab sofort, ab bald, ab heute sozusagen, auch regelmäßig informieren, welche Serien und Spiele ich total suchte zur Zeit. Und Empfehlungen oder Empfehlungen werde ich euch da geben. Das ist etwas, was auch total meine Leidenschaft ist. Also ich bin mega der Film- und Serien- und Spiele suchte, was ihr vielleicht gar nicht so wisst. Es lohnt sich aber nicht, darüber einen Kanal zu machen, denke ich, einen neuen Kanal. Deswegen möchte ich das so ein bisschen auch schon vorlassen, euch mal im Blog. Und werde euch dabei trotzdem meine Meinung dazu abgeben, aber von der Facebook-Seite. Okay, also ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video, was ganz bald kommt. Es kommen jetzt nämlich immer zwei, mindestens zwei Videos in der Woche. Und ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Das habe ich ganz vergessen. Heute ist der erste Advent. Also genießt euren ersten Adventsabend. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video.